Eine gut gepflegte 3-Zimmer-Mesonette-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Saale-Kreis. Das Objekt wurde 1996 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 103 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Mesonette-Wohnung auf 520 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017